hat glühstein ja tatsächlich ja das kann sein der leuchtet ja auch ein bisschen wenn du ihn berührt hast oder ein mob ihn berührt hat der leuchtet auch von alleine also der leuchtet und das schwillt an und wird wieder dunkler also normalerweise dieses funkeln nur wenn wenn du ihn berührt hast oder drüber gelaufen bist das tut ja auch so oder bist du da schon drüber gelaufen das dürfte aber jetzt ja schon nicht mehr sein weil sich das war ja da ist jede menge aber wie tief bin ich denn gerade auf ebene 10 oder war noch was hier blubbert keine lava dann wurde ich mich mal wo sind jetzt hier über den neuen ja okay dann würde ich mich mal da weiter also die diamanten dings axia überhaupt diamantenwerkzeug das hält schon ganz ja das stimmt das ist schon was feines das erde das erde unterschränkt lang direkt vor mir war lava warst du da auch schon mal ja ja ich bin doch schon klar warum ich habe ja sogar ein creeper in die lava geschubst da bist du schon mal gewesen da bist du schon mal gewesen da hat er ja hier ist eine ganze menge das kohle da ist auch wieder lave oder das ist rotstein ich baue mich mal dahin da brauche ich zwar wieder durchstatt weswegen ich eigentlich hier bin so das lasse ich das muss weg so sehr schön hier jetzt ich habe bruchstein ja bruchsteinmangel habe ich auch ich wollte sagen rutschen ach aua was war denn das hier hab ich dir erschrocken ich gehe mich schon sterben ähm der kam wohl von da hinten ah da ist noch einer moment moment erst mal schwer ziehen und da ist ein creeper oh und noch ein zombie aber der creeper hat mir geholfen ja aber jetzt muss ich mir erst mal selbst helfen bis auf zwei herzen oh super oh dafür habe ich jetzt überall mehr so einen ganzen haufen rotstein oh da kann ich ja noch einiges an laternen basteln ja gut das lasse ich jetzt erst mal hier so ich wollte ja zu dem zu dem rotstein das gibt es doch nicht ich sehe mich gleich schon wieder runterfallen so nicht dass da jetzt lava runterkommt ja da musst du aufpassen das hatte ich mehrfach ok aber da geht es noch und das war es auch schon an rotstein ok aber ich würde gerne mal diamanten finden wer möchte das nicht so stimmt ach da ist eine hexe oh ich gehe mal lieber weg hier ich bin hier schon ziemlich tief unten ach da ist auch lava oben und da oben ach das ist erde ok ja also kies finde ich ja ganz gut aber den brauche ich jetzt gerade nicht ach da warst du auch schon da ist wieder so ein gang ok ach da da sehe ich Grundgestein ja ich war deine Treppen runtergegangen bis zum Grundstein ja ja und du hast hier unten ziemlich viel gebildet ja da habe ich den ganzen Bruchstein her den ich in der Tasche habe ah ok wie viel habe ich denn jetzt 17 Blöcke ja ich wollte doch mehr haben lässt du dich mal da dran setzen du aha dann boah wenn ich hier runterfalle jetzt wo ich jetzt bin dann bin ich tot ja dann fall doch mal nicht runter ich liebe es Dächer zu bauen ehrlich oh da ist wieder Lava dann buddel ich mich im Dach da ist auch Lava oh Mensch dann muss ich ein bisschen höher gehen zum Beispiel da hin aber erst Fackeln setzen so so mal eine andere Frage wie lange wollen wir noch aufnehmen keine Ahnung nicht an dir mir ist egal ich tendiere nur zu einer Zigarettenpause ansonsten ist mir das egal ja eine Pause werde ich jetzt auch gleich mal machen ich mache mich hier klar mal ein ich muss dringend auf die Toilette ja das habe ich ja vorher schon gemacht nein was du ich habe mich schon tot gesehen aber ich bin auf der Ecke vom Dach gelandet und nicht ganz runter wow so so ich bin mal kurz weg ja ja ok mach du hast du Pause gemacht oder hat der jetzt Aufnahmepause gemacht oder muss ich jetzt allein unterhalten hier ich nicht wissen ähm natürlich gut vor allem weil keiner sieht was ich hier tue so nein so nicht wie mache ich das denn jetzt das ging auch Wahnsinn das ging auch na na nein verarsch mich doch so das tut ja wir gehen sowieso die stufen aus wo ich gerade feststellen also was mache ich jetzt hier ich wollte bruchstein abbauen aber das cool dann machen wir doch mal hier weiter finde ich nachher wieder hoch das ist ich frage sich gerade wie ich hier runterkomme ich muss mal eben gucken wie viel Platz ich auf der Festplatte habe oh ist das schön ich brauch jede Menge oh man ich baue mal noch eine Werkbank so ich komme hier nicht runter nein jetzt habe ich meinen Dörd runtergeschmissen also mein Dreck dann mache ich mal hier weiter da ist doch nichts an Diamanten oder so oh mir gehen die Fackeln auch aus und ich muss was essen würde gerne eine rauchen aber ich will das jetzt fertig machen ja in der Hoffnung dass ich nicht runterfalle und auch genug Holz habe beides so eine Sache leider findet sich hier nichts an Diamanten oder Rotstellen Rotstellen wäre ja auch gut naja auf welcher Ebene bin ich gerade auf 12 ja dann hast du perfekte Diamantenhöhe ja ja man muss ihm auch Glück haben da auf Diamanten zu treffen ja ja klar aber die sind gar nicht so selten wie man meint man hat halt nur das Pest statt man meistens von vorbeibuddelt ja na wie sind die in jedem Chunk ist durchschnittlich ein Vorkommen ja die Regeln weiß ich nicht mehr doch ich meine schon aber da gibt es feste Regeln in welchen Abständen und wie viele ja in jedem Chunk ist ein Vorkommen also im Schnitt warum ist hier so tief unten Erde ja das gibt es schon mal oder ich habe was gesetzt obwohl das wüsste ich jetzt nicht nee nee das hast du nicht gesetzt das ist ein bisschen viel ich habe gerade Kohle entdeckt oh da ist aber da ist ein Arm so wie komme ich jetzt heile hier runter naja Moment erst mal da ähm ähm ja okay das geht noch stehe ich hier oben auf dem Turm auf dem Dach vom Turm mit meinem dummen Gesicht aber ich habe eine schöne Aussicht ja auch super super mir kann auch keiner was also den Schützen möchte ich sehen der Jiro mich hier oben trifft ich bleibe einfach hier ja alles Wetter genau äh schön nee das da ist Lava da gehe ich nicht hin dann gehe ich einfach mal hier weiter oder wie viele Steine habe ich jetzt und ja noch nicht noch nicht mal zwei Paletten voll aber ich muss gleich wieder zurück weil ich keine Fackeln oder Kauner Fackeln habe nur noch fünf Stück hast du kein Holz in der Tasche ähm doch habe ich sogar Kohle wirst du ja Kohle habe ich sowieso dann mache ich mir doch gleich mal ein paar Fackeln äh wir haben davon so viel so ich gehe mal rum ab heute ja mach mal jetzt zwei zwei Bündel äh Fackeln habe ich und ich bastel mich hier weiter ich bin auf Ebene zwölf immer noch vielleicht finde ich ja was also Platz ist auf der Festplatte noch jede Menge ich kann auch stundenlang aufnehmen das ist echt eine Mammutaufnahme also ja es gibt bislang zwei lange Aufnahmen von drei ein Viertel Stunden die letzte war mit dem Tülsoft wenn ihr das hier seht dann habt ihr die auch schon gesehen und dann nochmal vor einiger Zeit ja das war da als Mammut und Tülsoft hier waren als wir den Dingsbums gemacht haben diesen ach das ist wieder Ehre den äh den Kulturwerber äh einplaniert haben aber diese hier äh ah das wieder Stein das äh ja noch fünf Minuten dann haben wir den Rekord ähm erreicht aber wir können ja noch mehr machen ach nee ist ja ähm ja es wird schon spät am Abend aber okay ich kann das ja alles stehen lassen und dann morgen oder übermorgen rennen ne also hier ist aber nix an Diamanten schade schade und Rotstein auch nicht vielleicht sollte ich mal in eine andere Ebene gehen hm jetzt hab ich aber schon ach komm jetzt hab ich ja gut den einen Stapel mach ich noch fertig ja aber nicht mehr hier dann das mach ich woanders das hier ist vielleicht nix mal hier probieren die eine Palette mach ich noch voll ähm ja ist fast zur Hälfte jetzt so ach das mit diesem Diamant äh Werkzeug das ist echt gut oh Rotstein haha Rotstein das ist echt ne gute Sache mittlerweile hab ich echt wieder viele Rotsteine also da das ist echt gut dann kann ich ja die Laternen fertig machen ohne äh dass ich nochmal da in diese neue Welt da muss die ich da entdeckt habe wo ich da hin geworfen wurde vor diesem Teleporter oder was das ist hm ich muss mal eben was trinken hm mhm ja ja wann rede ich schon so lange so viel wie ich in einer Stunde Minecraft oh nochmal in einer Stunde Minecraft Aufnahme rede rede ich sonst die ganze Woche ja wahrscheinlich noch nicht mal das oh das war's schon okay wie viel haben wir denn jetzt ah nein nicht das Werkzeug weggeschmassen ähm Rotstein wie 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 misst man denn das hm weiß nicht in Paletten auch ne glaub ich nicht